Es gibt ja neue Techniken, da kann man immer was geben, ein Metalldetektor, was ist ein Metalldetektor? Das ist ein Detektor, ein Detektor für mich, nein. Das ist von F, du holst mir das Scheißding auch, das ist von F. Das ist von F. 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 W. Genau, dieseurope разв. Ja bis es schon nuggetragend ist. Ja bis es! Bei F. W. Mit diese Metalldetektor werden wir zwei und drei geworden sind ... Entschürzen diesen nhân. Ich denke, Franz Säger, LR war atravies ein Traor. Menztes Unterschiede. Es ist also nicht, dass du den Manns семьsen zu veröffentlichen Sch оф forrrtog. Mächtig gewollt! Haben wir Grabwerkzeug? Das ist nicht zu graben, da! Das ist genug, ist der Eier! Hast du wieder nicht aufgepasst? Ja, jetzt haben wir ja! Ja, da kommen wir ja! Ja, wir müssen von den Pforten graben heute! Ja, genau! Da müssen wir noch mal... Das ist doch schön, ja! Das ist ein schönes Stück! Vielleicht wissen wir noch nicht, ein Bauerweiter! Ja, was? Eine Schaufel hat er! Ja, jetzt, ja! Und den Pau! Viel Pau! Sehr gut! Also Männer packen wir es ein! Wir werden jetzt gewachsen, das ist alles schön, ne? Ja, genau! Dann nehmen wir noch eine Hacke und eine Schaufel, die werden uns einen Nachbarn holen, der hat da sein Sack rumgekraten und da hat tief gefahren, da drauf ist er eine Hacke und da werden wir das Werkzeug noch aufnehmen und werden es in Henrik verstauen und fahren nach Bad Flankenburg, von Teufelsstrecke, dort werden wir eine Schaufel, eine Suchung, eine Schaufel veranstalten und dann kommen wir zurück und wir werden dann hier den Zersortmannsjäger von, von Katrin und Andreas das heißt, ja, was? Ja, was? Also meine ist Roni und welche Zeit haben wir? Und meine ist zuhause Also bei mir ist jetzt kurz, aber später und meine ist und meine ist 21 Uhr und 7 Minuten und du hast keine, du bist bei dir, du hast die und meine ist die die Reden, du hast die